Lebenslust TV, euer Podcast zur gleichnamigen Radiosendung Macht dir Lebenslust von Bastian Lee Jones. Ja, und das ist eigentlich die Hymne für Quasfaden, denn das ist eigentlich sein Weg, wenn ihr gemacht habt. Wenn der Abend sich der Stille bringt und den Tag zur Ruhe bringt, denn ich hab die Hass, die mich fast ausgeprannt. Wenn aus Stunden, die man abgeschreibt, später man noch einmal nimmt, dann ist vieles, was zuvor wird, neue Handeln. An den Rufen der Nacht zieht der Tag an mir vorbei. Weil gut, weil schlecht, hab ich gelebt, weil trauke mich dabei. Wenn der Abend sich der Stille neigt und wenn ich dann bei dir bin, haben Licht und Schatten ihren Teil geteilt. Hm, Mensch, du, du bist jetzt im Video drauf, du weißt. Ich kann mir jetzt mal selber verstehen. Ah, verdammt. Oh Mensch, wie hieß sie? Weißt du, wie sie hieß oder er? Ja. Ja, eher. Ich bezahle einfach Klausi. Klausi-Mausi? Okay. Aber ist nicht rohbereit mit Nachnamen. Naja, die noch. Aber ist nicht rohbereit mit Nachnamen, hoffentlich. Nein. Gut. Hammer. Oh, da sind ja Tomaten drin. Da sind gar keine Tomaten. Das ist die Ohrmuschel. Was ist die Ohrmuschel kosten? Äh, ja, wenn die essbar ist. Die ist essbar und ist lecker. Wirklich? Ja. Danke. Aber noch besser als das, was hier ist. Ohrmuschel. Danke hier. Oh, Wange. Das ist ja auch das Beste bei der Forelle. Ja, ja, ja. Hm. Hm. Hier ist ja butterzart. Mann, ey. Oh, danke. Ein Stückchen Wange. Cool. 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 An den Ufer der Nacht zieht der Tag an uns vorbei und wir ruhen uns aus ey, wir weitergehen wie in neue Wege gehen auf jeden Fall. Oh, das ist ja ganz toll. Oh, das ist ja eine Gitarre. Oh, das ist ja eine ganz tolle Torte. In der Form einer Gitarre. Oh, der ist ja Großartiges. Der junge Nachtrufsender. Der macht in den Saksen II. Der Mann hat bei uns vorhin zwei So, also, aber jetzt gucken wir mal, dass ihr die jetzt mit der Torte einstellen oder die jetzt schon anknaden. Oder ihr ist nie alleine. Ich glaube nicht, dass er die schafft, Pami. also Wisst ihr doch, als wir uns kennenlernen und zum allerersten Mal begegnet sind Wir haben laut nach euch gerufen und ihr habt uns gehört Wir lieben euren Beifall, fühlen uns geirrt Wir haben keine Langeweile weil wir im Haus der Sinne sind Wir haben Lust auf Abenteuer die unser Leben in sich bringt Wir haben keine Langeweile wir haben auch so viel zu tun wir haben keine Lust und jetzt schon aus zu Kamera geht leider noch da Wir haben keine Lust auf Abenteuer Wir haben keine Lust auf Abenteuer Wir haben laut nach euch gerufen und ihr habt uns gehört Wir lieben euren Beifall, fühlen uns geirrt Wir haben keine Langeweile Wir haben keine Langeweile weil wir im Haus der Sinne sind Wir haben keine Langeweile Wir haben keine Lust auf Abenteuer die unser Leben in sich bringt Wir haben keine Lust auf Abenteuer Wir haben keine Lust auf Abenteuer Als wenn wir sterben, sind wir wirklich still Wir haben keine Langeweile, weil wir brauchst der Sinne sind Wir haben Lust auf Abenteuer, die unser Leben in sich bringt Wir haben keine Langeweile, wir haben noch so viel zu tun Wir haben keine Langeweile, wir haben noch so viel zu tun Also neben mir ist der Ingo und der Ingo hat, jetzt nicht verwirrt sein, dass es hier falsch rum ist, das drehen wir Der Ingo hat nämlich ein Buch über die Pudis geschrieben, die Pudis kommen Und zwar 2015 war das, ne? Ja, cool Wie lange hast du dafür geschrieben? Ein Jahr ungefähr Drei Jahre und richtig Recherchearbeit dann gemacht, natürlich auch da Aber ich hatte auch viel Vorarbeit von demjenigen, die hier in der Bodydiskografie gemacht hat Ah, okay Das ist ein sehr guter Freund von mir und der hatte die 99 und 2001 schon mal gemacht Und plötzlich hat er gesagt, er möchte das nicht mehr machen Weil ich hab ihm gesagt, du müsstest doch jetzt eigentlich zum Schluss der Pudis nochmals machen Da sagt er, nee, das mach ich nicht, das machst du diesmal Da musste ich das machen Ja, aber es hat riesen Spaß hier machen Aber glaube ich, glaube ich Cool Und wo kann man das erhalten? Eigentlich nur, weil ich das selber Ah, okay, auf der Homepage Über e-mail, frage ich bitte Über e-mail? Ja Aha, wie heißt du das Verkäufer? PudisFan66-66 Okay, also Leute PudisFan66 Genau, PudisFan66 Super, cool Jetzt zieh doch dein Autogramm bitte Ja, cool Aber es sind nur noch so etwa 10 Restexemplare, habe ich noch Und alle anderen sind schon Ah, sie sind schon weg, ja? Ja Na ja, zweite Auflage Du hast keinen Abschluss gemacht Äh, wo machen wir das mal hin? Du hast mal Kauke Da hast du immer nur in falsche Richtung geguckt Nein, ich hab doch mein Laptop bei denen Aber auf der anderen Seite bei die große Leitfahrt Ja, das war doch für euch Ich hab doch vorne mal eins gehabt Aber du warst immer da drinnen Ich hab das nicht gesehen Alles klar Alles klar Nein, nein, nein Hey, alles klar Danke für die Gerne, gerne, immer wieder Ja Cool, ich danke dir Jetzt muss ein bisschen trocknen Jetzt kann man ja ein bisschen pusten Genau Hammer Wow, und das Bildmaterial Wie hast du dafür dann die Rechte bekommen, wenn da Bilder drin sind? Das weiß ich ja nicht Ja, die Rechte habe ich bekommen Zum Beispiel Fotos drinnen von Ivi Das ist ja unser befreitender Fotograf hier Ah, okay, okay, okay Der hat ein Bildmaterial Und dann habe ich die Dortmund nicht nur Platten abbildet Ja Erlaubt es nicht Nicht, ne? Weil es nur eine Abbildung ist Ja, genau, genau Genau, genau Cool Wow Und ansonsten alle Fakten drin Hammer Hammer Biografie Hammer Ja Ja Also das werde ich Ja, das ist dann meine Lektüre bevor es dann ins Pasta-Interview geht auf jeden Fall Ja, da kannst du ja durchlesen Ja, ja, ne? Da steht ja auch am Anfang dann alles drinne zur Entstehung der Band und so Ja, toll Und wenn es mir 65 schon Genau Die Ur-Pudis Genau Es geht alles genau so Hast du die Materie rein Ja, genau Ey, ich danke dir Hey, Happy Das hätte ich jetzt nicht erwartet Also das Leben überrascht einen immer wieder Ja Cool, hey Zocka